Die Apostelgeschichte des Lukas Kapitel 1 Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, der heißt Ölberg, und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemacht des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomeus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen, und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Und in den Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern, es war aber eine Menge beisammen von etwa 120, und sprach, ihr Männer und Brüder, es mußte das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat, über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahm. Denn er gehörte zu uns und hatte dieses Amt mit uns empfangen. Der hat einen Acker erworben mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit, aber er ist vornüber gestürzt und mitten in zwei geborsten, so daß alle seine Eingeweide hervorquollen. Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, so daß dieser Acker in ihrer Sprache genannt wird Hakel Damach, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben, seine Behausung soll verwüstet werden, und niemand wohne darin, und sein Amt empfange ein anderer. So muß nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barzabas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias, und beteten und sprachen, Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, damit er diesen Dienst und das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an den Ort zu gehen, wohin er gehört. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias. Und er wurde zugeordnet zu den elf Aposteln. Kapitel 2 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parter und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kapadozien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weiß sagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen Weiß sagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen, durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluß und Vorersehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm, Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge froh lockt, auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wußte, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiß, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung, und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, Herr, zurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa dreitausend Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Kapitel 3 Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit, und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt, die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an, und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher, und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk, Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber? Oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten. Dessen sind wir Zeugen. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es aus Unwissenheit getan habt, wie auch eure Oberen. Gott aber hat erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Ihn muß der Himmel aufnehmen, bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr euer Gott erwecken aus euren Brüdern. Den sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagen wird. Und es wird geschehen, wer diesen Propheten nicht hören wird, der soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an, wie viele auch danach geredet haben, die haben auch diese Tage verkündigt. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern, als er zu Abraham sprach, durch dein Geschlecht sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit. Kapitel 4 Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzeer, die verdroß, daß sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom hohen Priestergeschlecht waren, und sie stellten sie vor sich und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist, und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wußten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wußten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie, sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander und sprachen, was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn, dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott? Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte, denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über vierzig Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, daß es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an, ihr Drohn, und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, daß Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, daß sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld, für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Kapitel 5 Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Safira verkaufte einen Acker, doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach drei Stunden, da kam seine Frau herein und wußte nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach, ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Sehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner, ihnen zu nahe zu kommen. Doch das Volk hielt viel von ihnen, desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Eine Menge Männer und Frauen, sodass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiel. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle wurden gesund. Es erhoben sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzea, von Eifersucht erfüllt, und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach, geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber und die mit ihm waren und kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten, das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen, aber als wir öffneten, fanden wir niemanden darin. Als der Hauptmann des Tempels und die hohen Priester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wußten nicht, was daraus werden sollte. Da kam jemand, der berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, »Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen.« Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, »Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen.« Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Da stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer auf mit Namen Gamaliel, ein Schriftgelehrter, vom ganzen Volk in Ehren gehalten und ließ die Männer für kurze Zeit hinausführen. Und er sprach zu ihnen, »Ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Menschen tun wollt.« Denn vor einiger Zeit stand Theudas auf und gab vor, er wäre etwas und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400, der wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und vernichtet. Danach stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und er ist auch umgekommen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird's untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollten. Da stimmten sie ihm zu und riefen die Apostel herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens Willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Kapitel 6 In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes und Philippus und Prochorus und Nicanor und Timon aus Parmenas und Nikolaus den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einige auf von der Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und einige von denen aus Zilizien und der Provinz Asien und stritten mit Stephanus. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Da stifteten sie einige Männer an, die sprachen, wir haben ihnen läster Worte reden, hören, gegen Mose und gegen Gott. Und sie brachten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf, die sprachen, dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Stätte zerstören und die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat und alle die im Rat saßen blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Kapitel 7 Da fragte der hohe Priester Ist das so? Er aber sprach Liebe Brüder und Väter hört zu Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham als er noch in Mesopotamien war ehe er in Haran wohnte und sprach zu ihm Geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land das ich dir zeigen will Da ging er aus dem Land der Chaldea und wohnte in Haran und als sein Vater gestorben war brachte Gott ihn von dort herüber in dies Land in dem ihr nun wohnt aber er gab ihm kein Eigentum darin auch nicht einen Fuß breit und verhieß ihm er wolle es ihm und seinen Nachkommen zum Besitz geben obwohl er noch kein Kind hatte denn so sprach Gott deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem fremden Lande und man wird sie knechten und misshandeln 400 Jahre lang aber das Volk dem sie als Knechte dienen müssen will ich richten sprach Gott und danach werden sie ausziehen und mir dienen an dieser Stätte und er gab ihm den Bund der Beschneidung und so zeugte er Isaak und beschnitt ihn am achten Tage und Isaak den Jakob und Jakob die zwölf Erzväter und die Erzväter beneideten Josef und verkauften ihn nach Ägypten aber Gott war mit ihm und er rettete ihn aus aller seiner Bedrängnis und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao dem König von Ägypten der setzte ihn zum Regenten über Ägypten und über sein ganzes Haus es kam aber eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Bedrängnis und unsere Väter fanden keine Nahrung Jakob aber hörte dass es in Ägypten Getreide gäbe und sandte unsere Väter aus zum ersten Mal und beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen aus und ließ seinen Vater Jakob holen und seine ganze Verwandtschaft 75 Menschen und Jakob zog hinab nach Ägypten und starb er und unsere Väter und sie wurden nach Sichem herübergebracht und in das Grab gelegt das Abraham für Geld gekauft hatte von den Söhnen Hamors in Sichem als nun die Zeit der Verheißung sich nahte die Gott dem Abraham zugesagt hatte wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten bis ein anderer König über Ägypten aufkam der nichts wußte von Josef dieser ging mit Hinterlist vor gegen unser Volk und misshandelte unsere Väter und ließ ihre kleinen Kinder aussetzen damit sie nicht am Leben blieben zu der Zeit wurde Mose geboren und er war ein schönes Kind vor Gott und wurde drei Monate ernährt im Hause seines Vaters als er aber ausgesetzt wurde nahm ihn die Tochter des Pharao auf und zog ihn auf als ihren Sohn und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken als er aber vierzig Jahre alt wurde gedachte er nach seinen Brüdern den Israeliten zu sehen und sah einen Unrecht leiden da stand er ihm bei und rächte denen dem Leid geschah und erschlug den Ägypter er meinte aber seine Brüder sollten es verstehen dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe aber sie verstanden es nicht und am nächsten Tag kam er zu ihnen als sie miteinander stritten und ermahnte sie Frieden zu halten und sprach Liebe Männer ihr seid doch Brüder warum tut einer dem anderen Unrecht der aber seinem nächsten Unrecht getan hatte stieß ihn von sich und sprach wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt willst du mich auch töten wie du gestern in Ägypter getötet hast Mose aber floh wegen dieser Rede und lebte als Fremdling im Lande Midian dort zeugte er zwei Söhne und nach vierzig Jahren erschien ihm in der Wüste am wunderte er sich über die Erscheinung als er aber hinzuging zu schauen geschah die Stimme des Herrn zu ihm ich bin der Gott deiner Väter der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs Mose aber fing an zu zittern und wagte nicht hin zu schauen aber der Herr sprach zu ihm zieh die Schuhe aus von deinen Füßen denn die Stätte auf der du stehst ist heiliges Land ich habe gesehen das Leiden meines Volkes das in Ägypten ist und habe sein Seufzen gehört und bin herabgekommen es zu erretten und nun komm her ich will dich nach Ägypten senden diesen Mose den sie verleugnet hatten als sie sprachen wer hat dich als Aufseher und Richter über uns gesetzt den sandte Gott als Anführer und Retter durch den Engel der ihm im Dornbusch erschienen war dieser Mose führte sie heraus und tat Wunder und Zeichen in Ägypten im Roten Meer und in der Wüste vierzig Jahre lang dies ist der Mose der zu den Israeliten gesagt hat einen Propheten wie mich wird euch der Herr euer Gott erwecken aus euren Brüdern dieser ist der in der Gemeinde in der Wüste stand zwischen dem Engel der mit ihm redete auf dem Berge Sinai und unseren Vätern dieser empfing Worte des Lebens um sie uns weiter zu geben ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu und sprachen zu Aaron mache uns Götter die vor uns her gehen denn wir wissen nicht was diesem Mose der uns aus dem das Werk ihrer Hände aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin so dass sie dem Heer des Himmels dienten wie geschrieben steht im Buch der Propheten habt ihr vom Hause Israel die vierzig Jahre in der Wüste mir je Opfer und Gaben dargebracht ihr trugt die Hütte Molochs umher und den Stern des Gottes Rephan die Bilder die ihr gemacht hattet sie anzubeten und ich will euch wegführen bis über Babylon hinaus es hatten unsere Väter die Stiftshütte in der Wüste wie der es angeordnet hatte der zu Mose redete daß er sie machen sollte nach dem Vorbild das er gesehen hatte diese übernahmen unsere Väter und brachten sie mit Josua in das Land das die Heiden inne hatten die Gott vertrieb vor dem Angesicht unserer Väter bis zur Zeit Davids der fand Gnade bei Gott und bat darum daß er eine Stätte finden möge für das Haus Jakob Salomo aber baute ihm ein Haus aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln die mit Händen gemacht sind wie der Prophet spricht der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen spricht der Herr ihr Halsstärken mit verstockten Herzen und tauben Ohren ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist wie eure Väter so auch ihr welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und sie haben getötet die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt es nicht gehalten als sie das hörten ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur rechten Gottes und sprach siehe ich sehe den Himmel offen und den Menschen Sohn zur rechten Gottes stehen sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes der hieß Saulus und sie steinigten Stephanus der rief den Herrn an und sprach Herr Jesus nimm meinen Geist auf er fiel auf die Knie und schrie laut Herr rechne ihnen diese Sünde nicht an und als er das gesagt hatte verschied er Saulus aber hatte gefallen an seinem Tode Kapitel 8 Es erhob sich aber an diesem Tage eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien außer den Aposteln Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören ging von Haus zu Haus schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis Die nun zerstreut worden waren zogen umher und predigten das Wort Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus und das Volk neigte einmütig dem zu was Philippus sagte als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen die er tat denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen auch viele Gelähmte und Verkrüppelte große Freude in dieser Stadt es war aber ein Mann mit Namen Simon der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samaria in seinen Bann zog weil er vorgab er wäre etwas Großes und alle hingen ihm an klein und groß und sprachen dieser ist die Kraft Gottes die die große genannt wird sie hingen ihm aber an weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Mann gezogen hatte als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten ließen sich taufen Männer und Frauen da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus und als er die Zeichen und großen Taten sah die geschahen geriet er außer sich vor Staunen als aber die Apostel in Jerusalem hörten dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes die kamen hinab und beteten für sie dass sie den Heiligen Geist empfingen denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist als aber Simon sah dass der Geist gegeben wurde wenn die Apostel die Hände auf legten bot er ihnen Geld an und sprach er gebt auch mir die Macht damit jeder dem ich die Hände auf lege den Heiligen Geist empfange Petrus aber sprach zu ihm dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld weil du meinst Gottes Gabe werde durch Geld erlangt du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott darum tu Buße für diese deine Bosheit und flehe zum Herrn ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könne denn ich sehe dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit da antwortete Simon und sprach bittet ihr den Herrn für mich dass nichts von dem über mich komme was ihr gesagt habt als sie nun das Wort des Evangelium in vielen Dörfern der Samariter aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach steh auf und geh nach Süden auf die Straße die von Jerusalem nach Gaza hinab führt und öde ist und er stand auf und ging hin und siehe ein Mann aus Äthiopien ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake der Königin von Äthiopien welcher ihren ganzen kommen um anzubeten Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja Der Geist aber sprach zu Philippus geh hin und halte dich zu diesem Wagen Da lief Philippus hin und hörte dass er dem Propheten Jesaja las und fragte Verstehst du auch was du liest Er aber sprach Wie kann ich wenn mich nicht jemand anleitet und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen Der Inhalt der Schrift aber die erlas war dieser Wie ein Schaf das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm das vor seinem Scherer verstummt so tut er seinen Mund nicht auf In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben Wer kann seine Nachkommen aufzählen denn sein Leben wird von der Erde weggenommen Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach Ich bitte dich von wem redet der Prophet das von sich selber oder von jemand anderem Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus Und als sie auf der Straße dahin fuhren kamen sie an ein Wasser Da sprach der Kämmerer Sehe da ist Wasser Was hindert's daß ich mich taufen lasse Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab Philippus und der Kämmerer und er taufte ihn Als sie aber aus dem Wasser herauf stiegen entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr Er zog aber seine Straße fröhlich Philippus aber fand sich in Aschdott wieder und bis er nach Caesarea kam Kapitel 9 Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen damit er Anhänger des neuen Weges Männer und Frauen wenn er sie dort fände gefesselt nach Jerusalem führe Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam um leuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme die sprach zu ihm Saul Saul was verfolgst du mich er aber sprach Herr wer bist du der sprach ich bin Jesus den du verfolgst steh auf und geh in die Stadt da wird man dir sagen was du tun sollst die Männer aber die seine Gefährten waren standen sprachlos da denn sie hörten zwar die Stimme aber sahen niemanden Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug sah er nichts sie nahmen nahmen bei der hand und führten ihn nach damaskus und er konnte drei tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht es war aber ein jünger in damaskus mit namen hananias dem erschien der herr und sprach hananias und er sprach hier bin ich her der herr sprach zu ihm steh auf und geh in die Straße die die gerade heißt und frage und hat in einer erscheinung einen mann gesehen mit namen hananias der zu ihm hereinkam und die hand auf ihn legte damit er wieder sehend werde hananias aber antwortete herr ich habe von vielen gehört über diesen mann wie viel böses er deinen heiligen in jerusalem angetan hat und hier hat er vollmacht von den hohen priestern alle gefangen zu nehmen die deinen Namen anrufen doch der herr sprach zu ihm geh nur hin denn dieser ist mein auserwähltes werkzeug das er meinen namen trage vor heiden und vor könige und vor das volk israel ich will ihm zeigen wie viel er leiden muss um meines namens willen und hananias ging hin und kam in das haus und legte die hände auf ihn und sprach lieber bruder saul der herr hat mich gesandt jesus der dir auf dem wege hierher erschienen ist daß du wieder sehend und mit dem heiligen geist erfüllt werdest und sogleich fiel es von seinen augen wie schuppen und er wurde wieder sehend und er stand auf ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in damaskus und alsbald predigte er in den synagogen von jesus daß dieser gottes sohn sei alle aber die es hörten entsetzten sich und sprachen ist das nicht der der in jerusalem alle vernichten wollte die diesen namen anrufen und ist er nicht deshalb hierher gekommen daß er sie gefesselt zu den hohen priestern führe saulus aber gewann immer mehr an kraft und trieb die juden in die enge die in damaskus wohnten und bewies daß jesus der christus ist nach mehreren tagen aber hielten die juden rat und beschlossen ihn zu töten aber es wurde saulus bekannt daß sie ihm nach stellten sie bewachten tag und nacht auch die tore um ihn zu töten da nahmen ihn seine jünger bei nacht und ließen in einem korb die mauer hinab als er aber nach jerusalem kam versuchte er sich zu den jüngern zu halten doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht daß er ein jünger wäre barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den aposteln und erzählte ihnen wie saulus auf dem wege den herrn gesehen und daß der mit ihm geredet und wie er in damaskus im namen jesu frei und offen gepredigt hätte und er ging bei ihnen in jerusalem ein und aus und predigte im namen des herrn frei und offen er redete und stritt auch mit den griechischen juden aber sie stellten ihm nach um ihn zu töten als das die brüder erfuhren geleiteten sie ihn nach caesarea und schickten ihn weiter nach tarsus so hatte nun die gemeinde frieden in ganz judäa und galiläa und samarien und baute sich auf und lebte in der furcht des herrn und mehrte sich unter dem beistand des heiligen geistes es geschah aber als petrus überall im lande umherzog daß er auch zu den heiligen kam die in lüda wohnten dort fand er einen mann mit namen enäas seit acht jahren ans bett gebunden der war gelähmt und petrus sprach zu ihm enäas jesus christus macht dich gesund steh auf und mach dir selber das bett und sogleich stand er auf da sahen ihn alle die in lüda und in scharren wohnten und bekehrten sich zu dem herrn in joppe war eine jüngerin mit namen tabita das heißt übersetzt re die tat viele gute werke und gab reichlich almosen es begab sich aber zu der zeit daß sie krank wurde und starb da wuschen sie sie und legten sie in das ober gemach weil aber lidah nah bei joppe ist sandten die jünger als sie hörten daß petrus dort war zwei männer zu ihm und baten ihn säume nicht zu uns zu kommen petrus aber stand auf und ging mit ihnen und als er hingekommen war führten sie ihn hinauf in das ober gemach und es traten alle witwen zu ihm weinten und zeigten ihm die röcke und kleider die tabita gemacht hatte als sie noch bei ihnen war und als petrus sie alle hinaus getrieben hatte kniete er nieder betete und wandte sich zu dem leichnam und sprach tabita steh auf und sie petrus sah setzte sie sich auf er aber gab ihr die hand und ließ sie aufstehen und rief die heiligen und die witwen und stellte sie lebendig vor sie und das wurde in ganz joppe bekannt und viele kamen zum glauben an den herrn und es geschah daß petrus lange zeit in joppe blieb bei einem simon der ein gerber war kapitel 10 es war mit namen cornelius ein hauptmann der abteilung die italische genannt wurde der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen haus und gab dem volk viele almosen und betete immer zu gott der hatte eine erscheinung um die neunte stunde am tage und sah deutlich einen engel gottes bei sich eintreten der sprach zu ihm cornelius er aber sah ihn an erschrak und fragte her was ist der sprach zu ihm deine gebete und deine almosen sind vor gott gekommen und er hat ihre gedacht und nun sende männer nach joppe und lass holen simon mit dem beinamen petrus der ist zu gast bei einem gerber simon dessen haus am meer liegt und als der engel der mit ihm redete hinweg gegangen war rief cornelius zwei seiner knechte und einen frommen soldaten von denen die ihm dienten und erzählte ihnen alles und sandte sie nach joppe am nächsten tag als diese auf dem wege waren und in die nähe der stadt kamen stieg petrus auf das dach zu beten um die sechste stunde und als er hungrig wurde wollte er essen während sie ihm aber etwas zubereiteten geriet er in verzückung und sah den himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinenes tuch herabkommen an vier zipfeln niedergelassen auf die erde darin waren allerlei vier füßige und kriechende tiere der erde und vögel des himmels und es geschah eine stimme zu ihm steh auf petrus schlachte und ist petrus aber sprach oh nein herr denn ich habe noch nie etwas verbotenes und unreines gegessen und die stimme sprach zum zweiten mal zu ihm was gott reingemacht hat das nenne du nicht verboten und das geschah dreimal und alsbald wurde das tuch wieder hinauf genommen gen himmel als aber petrus noch ratlos war was die erscheinung bedeute die er gesehen hatte siehe da fragten die männer von cornelius gesandt nach dem haus simons und standen an der tür riefen und fragten ob simon mit dem beinamen petrus hier zu gast wäre während aber petrus nachsann über die erscheinung sprach der geist zu ihm siehe drei männer suchen dich so steh auf steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht denn ich habe sie gesandt da stieg petrus hinab zu den männern und sprach sehe ich bin's den ihr sucht warum seid ihr hier sie aber sprachen der hauptmann cornelius ein frommer und gottesfürchtiger mann mit gutem ruf bei dem ganzen volk der juden hat befehl empfangen von einem heiligen engel daß er dich sollte holen lassen in sein haus und hören was du zu sagen und einige brüder aus jope gingen mit ihm und am folgenden tag kam er nach caesarea cornelius aber wartete auf sie und hatte seine verwandten und nächsten freunde zusammengerufen und als petrus hereinkam ging ihm cornelius entgegen und fiel ihm zu füßen und betete ihn an petrus aber richtete ihn auf und sprach steh auf ich bin auch nur ein mensch und während er mit ihm redete ging er hinein und fand viele die zusammengekommen waren und er sprach zu ihnen ihr wisst daß es einem jüdischen mann nicht erlaubt ist mit einem fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen aber gott hat mir gezeigt daß ich keinen menschen meiden oder unreinen nennen soll darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen als ich geholt wurde so frage ich euch nun warum ihr mich habt holen lassen cornelius sprach vor vier tagen um diese zeit betete ich um die neunte stunde in meinem hause und siehe da stand ein mann vor mir in einem leuchtenden gewand und sprach cornelius dein gebet ist erhört und deine almosen ist gedacht worden vor gott so sende nun nach joppe und lass herrufen simon mit dem beinamen petrus der zu gast ist im hause des gerbers simon am meer da sandte ich sofort zu dir und du hast recht getan daß du gekommen bist nun sind wir alle hier vor gott zu gegen um alles zu hören was dir vom herrn befohlen ist petrus aber tat seinen mund auf und sprach nun erfahre ich in wahrheit daß gott die person nicht ansieht sondern recht tut der ist ihm angenehm er hat das wort dem volk israel gesandt und frieden verkündigt durch jesus christus welcher ist herr über alle ihr wisst was in ganz judäa geschehen ist angefangen von galiläa nach der taufe die johannes predigte wie gott jesus von nazareth gesalbt hat mit heiligem geist und kraft der ist umher gezogen und hat gutes getan und alle gesund gemacht die in der gewalt des teufels waren denn gott war mit ihm und wir sind zeugen für alles was er getan hat im jüdischen land und in jerusalem den haben sie an das holz gehängt und getötet den hat gott auferweckt am dritten tag und hat ihn erscheinen lassen nicht dem ganzen volk sondern uns den von gott vorher erwählten uns geboten dem volk zu predigen und zu bezeugen daß er von gott bestimmt ist zum richter der lebenden und der toten von diesem bezeugen alle propheten daß durch seinen namen alle die an ihn glauben vergebung der sünden empfangen sollen während petrus noch diese worte redete fiel der heilige geist auf alle die dem wort zuhörten und die gläubig gewordenen juden die mit petrus gekommen waren entsetzten sich weil auch auf die heiden die gabe des heiligen geistes ausgegossen wurde denn sie hörten daß sie in zungen redeten und gott hoch priesen da antwortete petrus kann auch jemand denen das wasser zur taufe verwehren die den heiligen geist empfangen haben ebenso wie wir und er befahl sie zu taufen mit dem namen jesu christi da baten sie ihn noch einige tage da zu bleiben kapitel elf es kam aber den aposteln und brüdern in judäa zu ohren daß auch die heiden gottes wort angenommen hatten und als petrus hinauf kam nach jerusalem stritten die gläubig gewordenen juden mit ihm und sprachen du bist zu männern gegangen die nicht juden sind und hast mit ihnen gegessen petrus aber fing an und erzählte es ihnen der reihe nach und sprach ich war in der stadt joppe im gebet und geriet in verzückung und hatte eine erscheinung ich sah etwas wie ein großes leinernes tuch herabkommen an vier zipfeln niedergelassen vom himmel das kam bis zu mir als ich hineinsah erblickte ich vierfüßige tiere der erde und wilde tiere und kriechende tiere und vögel des himmels ich hörte aber auch eine stimme die sprach zu mir steh auf petrus schlachte und is ich aber sprach o nein her denn es ist nie etwas verbotenes oder unreines in meinen mund gekommen aber die stimme antwortete zum zweiten mal vom himmel was gott reingemacht hat das nenne du nicht verboten das geschah aber dreimal und alles wurde wieder gen himmel hinauf gezogen und siehe auf einmal standen drei männer vor dem hause in dem wir waren von caesarea zu mir gesand der geist aber sprach zu mir ich solle mit ihnen gehen und nicht zweifeln es kamen aber mit mir auch diese sechs brüder und wir gingen in das haus des mannes der berichtete uns wie er den engel in seinem haus gesehen habe der zu ihm sagte sende männer nach joppe und lass holen simon mit dem beinamen petrus der wird dir die botschaft ebenso wie am anfang auf uns da dachte ich an das wort des herrn als er sagte johannes hat mit wasser getauft ihr aber sollt mit dem heiligen geist getauft werden wenn nun gott ihnen die gleiche gabe gegeben hat wie auch uns die wir zum glauben gekommen sind an den herrn jesus christus wer war ich daß ich gott wehren konnte als sie das hörten schwiegen sie still und lobten gott und sprachen so hat gott auch den heiden die umkehr gegeben die zum leben führt die aber zerstreut waren wegen der verfolgung die sich wegen stephanus erhob gingen bis nach phönizien und zypern und antiochia und verkündigten das wort niemandem als allein den juden es waren aber einige unter ihnen männer aus zypern und kyrene die kamen nach antiochia und redeten auch zu den griechen und predigten das evangelium vom herrn jesus und die hand des herrn war mit ihnen und eine große zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum herrn es kam aber die kunde davon der gemeinde von jerusalem zu ohren und sie sandten barnabas daß er nach antiochia ginge als dieser dort hingekommen war und die gnade gottes sah wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem herzen an dem herrn zu bleiben denn er war ein bewährter mann voll heiligen geistes und glaubens und viel volk wurde für den herrn gewonnen barnabas aber zog aus nach tarsus saulus zu suchen und als er ihn fand brachte er ihn nach antiochia und sie blieben ein ganzes jahr bei der gemeinde und lehrten viele in antiochia wurden die jünger zuerst christen genannt in diesen tagen kamen propheten von jerusalem nach antiochia und einer von ihnen mit namen agabus trat auf und sagte durch den geist eine große hungersnot voraus die über den ganzen erdkreis kommen sollte dies geschah unter dem kaiser claudius aber unter den jüngern beschloss brüdern die in judäa wohnten eine gabe zu senden das taten sie auch und schickten sie zu den ältesten durch barnabas und saulus kapitel 12 um diese zeit legte der könig herodes hand an einige von der gemeinde sie zu misshandeln er tötete aber jakobus den bruder des johannes mit dem schwert und als er sah daß es den juden gefiel fuhr er fort und nahm auch petrus gefangen es waren aber eben die tage der ungesäuerten brote als er ihn nun ergriffen hatte warf er ihn ins gefängnis und überantwortete ihn vier wachen von je vier soldaten ihn zu bewachen denn er gedachte ihn nach dem fest vor das volk zu stellen so wurde nun petrus im gefängnis festgehalten aber als ihn herodes vorführen lassen wollte schlief petrus zwischen zwei soldaten mit zwei ketten gefesselt und die wachen vor der tür bewachten das gefängnis und siehe der engel des herrn kam herein und licht leuchtete auf in dem raum und er stieß petrus in die seite und weckte ihn und sprach steh schnell auf und die ketten fielen ihm von seinen händen und der engel sprach zu ihm gürte dich und ziehe deine schuhe an und er tat es und er sprach zu ihm wirf deinen mantel um und folge mir und er ging hinaus und folgte ihm und wußte nicht dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den engel sondern meinte eine Erscheinung zu sehen sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen tor das zur stadt führt das tat sich ihnen von selber auf und sie traten hinaus und gingen eine straße weit und alsbald verließ ihn der engel und als petrus zu sich gekommen war sprach er nun weiß ich wahrhaftig daß der herr seinen engel gesandt hat und mich aus der hand des herodes errettet hat und von allem was das jüdische volk erwartete des johannes mit dem beinamen markus wo viele beieinander waren und beteten als er aber an das hoftor klopfte kam eine magd mit namen rode um zu hören wer da wäre und als sie die stimme des petrus erkannte tat sie vor freude das tor nicht auf lief hinein und verkündete petrus stünde vor dem tor sie aber sprachen zu ihr du bist von sinnen doch sie bestand darauf es wäre so da sprachen sie es ist sein engel petrus aber klopfte weiter an als sie nun aufmachten sahen sie ihn und entsetzten sich er aber winkte ihnen mit der hand daß sie schweigen sollten und erzählte ihnen wie ihn der herr aus dem gefängnis geführt hatte und sprach verkündet dies dem jakobus und den brüdern dann ging er hinaus und zog an einen anderen ort als es aber tag wurde entstand eine nicht geringe verwirrung unter den soldaten was wohl mit petrus geschehen sei als aber herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand verhörte er die wachen und ließ sie abführen dann zog er von judäa hinab nach caesarea und blieb dort eine zeit lang er war aber zornig auf die predeten blastus den kämmerer des königs und baten um frieden weil ihr land seine nahrung aus dem land des königs bekam und an einem festgesetzten tag legte herodes das königliche gewand an setzte sich auf den thron und hielt eine rede an sie das volk aber rief ihm zu das ist gottes stimme und nicht die eines menschen als bald schlug ihn der engel und das wort gottes wuchs und breitete sich aus barnabas und saulus aber kehrten zurück nachdem sie in jerusalem die gabe überbracht hatten und nahmen mit sich johannes der den beinamen markus hat kapitel 13 es waren aber in antiochia in der gemeinde propheten und lehrer nämlich barnabas und simon genannt niger und lucius von kyrene und manain der mit dem landes fürsten herodes erzogen worden war und saulus als sie aber dem herrn dienten und fasteten sprach der heilige geist sondert mir aus barnabas und saulus zu dem werk zu dem ich sie berufen habe da fasteten sie und beteten und legten die hände auf sie und ließen sie ziehen nachdem sie nun ausgesandt waren vom heiligen geist schiff nach zypern und als sie in die stand salamis kamen verkündeten sie das wort gottes in den synagogen der juden sie hatten aber auch johannes als gehilfen bei sich als sie die ganze insel bis nach paphos durchzogen hatten trafen sie einen zauberer und falschen propheten einen juden der hieß bar jesus der war bei dem statthalter sergius paulus einem verständigen man dieser rief barnabas und saulus zu sich und begehrte das wort gottes zu hören da widerstand ihnen der zauberer elimas denn so wird sein name übersetzt und versuchte den statthalter vom glauben abzuhalten saulus aber der auch paulus heißt voll heiligen geistes sah ihn an und sprach du sohn des teufels voll aller list und aller bosheit du feind aller gerechtigkeit hörst du nicht auf krumm zu machen die geraden wege des herrn und nun siehe die hand des herrn kommt über dich und du sollst blind sein und die sonne eine zeit lang nicht sehen auf der stelle viel dunkelheit und finsternis auf ihn und er ging umher und suchte jemanden der ihn an der hand führte als der statthalter sah was geschehen war wurde er gläubig und verwunderte sich über die lehre des herrn paulus aber und die um ihn waren fuhren von paphos ab und kamen nach perge im pamphylien johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach jerusalem sie aber zogen von perge weiter und kamen nach antiochia in pisidien und gingen am sabbat in die synagoge und setzten sich nach der lesung des gesetzes und der propheten aber schickten die vorsteher der synagoge zu ihnen und ließen ihnen sagen liebe brüder wollt ihr etwas reden und das volk ermahnen so sagt es da stand paulus auf und winkte mit der hand und sprach ihr männer von israel und ihr gottes fürchtigen hört zu der gott dieses volkes israel hat unsere väter erwählt und das und mit starkem arm führte er sie von dort heraus und vierzig jahrelang ertrug er sie in der wüste und vernichtete sieben völker in dem land kana an und gab ihnen deren land zum erbe das geschah in etwa vierhundert fünfzig jahren danach gab er ihnen richter bis zur zeit des propheten samuel und von da an baten sie um einen könig und Gott gab ihnen saul den sohn des kisch einen mann aus dem stand benjamin für vierzig jahre und als er diesen verstoßen hatte erhob er david zu ihrem könig von dem er bezeugte ich habe david gefunden den sohn isais einen mann nach meinem herzen der soll meinen ganzen willen tun aus dessen geschlecht hat Gott wie er verheißen hat jesus kommen lassen als heiland für das volk israel nachdem johannes bevor jesus auftrat dem ganzen volk israel die taufe der buße gepredigt hatte als aber johannes seinen lauf vollendete sprach er ich bin nicht der für den ihr mich haltet aber siehe er kommt nach mir dessen schuh riemen zu lösen ich nicht wert bin ihr männer liebe brüder ihr söhne aus dem geschlecht abrahams und ihr gottes denn die einwohner von jerusalem und ihre oberen haben weil sie jesus nicht erkannten die worte der propheten die an jedem sabbat vorgelesen werden mit ihrem urteil spruch erfüllt und obwohl sie nichts an ihm fanden das den tod verdient hätte baten sie doch pilatus ihn zu töten und als sie alles vollendet hatten was von ihm geschrieben steht nahmen sie ihn von dem Holz und legten ihn in ein Grab aber gott hat ihn auferweckt von den toten und er ist an vielen tagen denen erschienen die mit ihm von galiläa hinauf nach jerusalem gegangen waren die sind jetzt seine zeugen vor dem volk und wir verkündigen euch die verheißung die an die väter ergangen ist dass gott sie uns ihren kindern erfüllt hat indem er jesus auferweckte wie daß er ihn aber von den toten auferweckt hat und ihn nicht der verwesung überlassen wollte hat er so gesagt ich will euch die gnade die david verheißen ist treu bewahren darum sagt er auch an einer anderen stelle du wirst nicht zugeben daß dein heiliger die verwesung sehe denn nachdem david zu seiner zeit dem willen gottes gedient hatte ist er entschlafen und der aber den gott auferweckt hat der hat die verwesung nicht gesehen so sei euch nun kundgetan liebe brüder daß euch durch ihn vergebung der sünden verkündigt wird und in all dem worin ihr durch das gesetz des mose nicht gerecht werden konntet ist der gerecht gemacht der an ihn glaubt seht nun zu daß nicht über euch komme was in den propheten gesagt ist seht ihr verächter und wundert euch und werdet zunichte denn ich tue ein werk zu euren zeiten daß ihr nicht glauben werdet wenn es euch jemand erzählt als sie aber aus der synagoge hinaus gingen baten die leute daß sie am nächsten sabbat noch einmal von diesen dingen redeten und als die gemeinde auseinander ging folgten viele juden und gottesfürchtige juden genossen dem paulus und barnabas diese sprachen mit ihnen und ermahnten sie daß sie bleiben sollten in der gnade gottes am folgenden sabbat aber kam fast die ganze stadt zusammen das wort gottes zu hören als aber die juden die menge sahen wurden sie neidisch und widersprachen dem was paulus sagte und lästerten paulus und barnabas aber sprachen frei und offen euch mußte das wort gottes zuerst gesagt werden da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen lebens siehe so wenden wir uns zu den heiden denn so hat uns der herr geboten ich habe dich zum licht der heiden gemacht damit du das heil seist bis an die enden der erde als das die heiden hörten wurden sie froh und priesen das wort des herr und alle wurden gläubig die zum ewigen leben bestimmt waren und das wort des herr breitete sich aus in der ganzen gegend aber die juden hetzten die gottesfürchtigen vornehmen frauen und die angesehensten männer der stadt auf und stifteten eine verfolgung an gegen paulus und barnabas und vertrieben sie aus ihrem gebiet sie aber schüttelten den staub von ihren füßen zum zeugnis gegen sie und kamen nach ikonion die jünger aber wurden erfüllt von freude und heiligen geist kapitel 14 es geschah aber in ikonion daß sie wieder in die synagoge der juden gingen und so predigten daß eine große menge juden und griechen gläubig wurde die juden aber die ungläubig blieben stifteten unruhe und hetzten die seelen der heiden auf gegen die brüder dennoch blieben sie eine lange zeit dort und lehrten frei und offen im vertrauen auf den herrn der das wort seiner gnade bezeugte und ließ zeichen und wunder geschehen durch ihre hände die menge in der stadt aber spaltete sich die einen hieltens mit den juden und die anderen mit den aposteln als sich aber ein sturm erhob bei den heiden und juden und ihren oberen und sie sie misshandeln und steinigen wollten merkten sie es und entflohen in die städte lycaoniens nach lystra und derbe und in deren umgebung und predigten dort das evangelium und es war ein Mann in lystra der hatte schwache füße und konnte nur sitzen er reden und als dieser ihn ansah und merkte daß er glaubte ihm könne geholfen werden sprach er mit lauter stimme stell dich aufrecht auf deine füße und er sprang auf und ging umher als aber das volk sah was paulus getan hatte erhoben sie ihre stimme und riefen auf lykaonisch die götter sind den menschen gleich geworden und zu uns herab gekommen und sie dem tempel vor ihrer stadt brachte stiere und kränze vor das tor und wollte opfern samt dem volk als das die apostel barnabas und paulus hörten zerrissen sie ihre kleider und sprangen unter das volk und schrien ihr männer was macht ihr da wir sind auch sterbliche menschen wie ihr und predigen euch das evangelium das ihr bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott der Himmel und Erde und das Meer und alles was darin ist gemacht hat zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen hat viel Gutes getan und euch zum Himmel regen und fruchtbare Zeiten gegeben hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt und obwohl sie das sagten konnten sie kaum das Volk davon abbringen ihnen zu opfern es kamen aber von Antiochia und Iconion Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten er wäre gestorben als ihn aber die Jünger umringten stand er auf und ging in die Stadt am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe und Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Iconion und Antiochia stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie im Glauben zu bleiben und sagten wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an den sie gläubig geworden waren und sie zogen durch Pisidien und kamen nach Pamphylien und sagten das Wort in Perge und zogen hinab nach Atalia und von da fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk das sie nun ausgerichtet hatten als sie aber dort ankamen versammelten sie die Gemeinde und verkündeten wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hätte sie blieben aber dort eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonion und Antiochia stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie im Glauben zu bleiben und sagten wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an den sie gläubig geworden waren und sie zogen durch Pisidien und kamen nach Pamphylien und sagten das Wort in Perge und zogen hinab nach Atalia und von da fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk das sie nun ausgerichtet hatten als sie aber dort ankamen versammelten sie die Gemeinde und verkündeten wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hätte sie blieben aber dort eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern Kapitel 15 und einige kamen herab von Judäa und lehrten die nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose könnt ihr nicht selig werden als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten ordnete man an dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinauf ziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern große Freude als sie aber nach Jerusalem kamen wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten und sie verkündeten wie viel Gott durch sie getan hatte da traten einige von der Partei der Pharisäer auf die gläubig geworden waren und sprachen man muss sie beschneiden und ihnen gebieten das Gesetz des Mose zu halten da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen über diese Sache zu beraten als man sich aber lange gestritten hatte stand Petrus auf und sprach zu ihnen ihr hat dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten und Gott der die Herzen kennt hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben wie auch uns und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben warum versucht ihr denn nun Gott dadurch dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt daß weder unsere Väter noch wir haben tragen können vielmehr glauben wir durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden ebenso wie auch sie da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu die erzählten wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden danach als sie schwiegen antwortete Jakobus und sprach ihr Männer liebe Brüder hört mir zu Simon hat erzählt wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen und dazu stimmen die Worte der Propheten wie geschrieben steht danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten damit die sprich der Herr der tut was von Alters her bekannt ist darum meine ich daß man denen von den Heiden die sich zu Gott bekehren nicht Unruhe mache sondern ihnen vorschreibe daß sie sich enthalten sollen von Befleckung durch Götzen und von Unzucht und von Mastikten und vom Blut denn Mose hat von alten Zeiten her in allen Städten solche die ihn predigen und wird alle Sabbat Tage in den Synagogen gelesen und die Apostel und die Ältesten beschlossen samt der ganzen Gemeinde aus ihrer Mitte Männer auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden nämlich Judas mit dem Beinamen Barzabas und Silas angesehene Männer unter den Brüdern und sie gaben ein Schreiben in ihre Hand also lautend wir die Apostel und Ältesten eure Brüder wünschen Heil den Brüdern aus den Heiden in Antiochia und Syrien und Silizien weil wir gehört haben dass einige von den unseren denen wir doch nichts befohlen hatten euch mit leeren irre gemacht und eure Seele verwirrt haben so haben wir einmütig versammelt beschlossen Männer auszuwählen und zu euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus Männer die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus so haben wir Judas und Silas gesandt die euch mündlich dasselbe mitteilen werden denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns euch weiter keine Last aufzuerlegen als nur diese notwendigen Dinge dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht wenn ihr euch davor bewahrt tut ihr recht lebt wohl als man sie hatte gehen lassen kamen sie nach Antiochia und versammelten die Gemeinde und übergaben den Brief als sie ihn lasen wurden sie über den Zuspruch froh Judas aber und Silas die Selbst Propheten waren ermahnten die Brüder mit vielen Reden und stärkten sie und als sie eine Zeit lang dort verweilt hatten ließen die Brüder sie mit Frieden gehen zu denen die sie gesandt hatten Paulus und Barnabas aber blieben in Antiochia lehrten und predigten mit vielen anderen das Wort des Herrn nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben wie es um sie steht Barnabas aber wollte dass sie auch Johannes mit dem jemanden mitzunehmen der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war und sie kamen scharf aneinander sodass sie sich trennten Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen er zog aber durch Syrien und Silizien und stärkte die Gemeinden Kapitel 16 und siehe dort war ein Jünger mit Namen Timotheus der Sohn einer jüdischen Frau die gläubig war und eines griechischen Vaters der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Iconion diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden die in jener Gegend waren denn sie wußten alle dass sein Vater ein damit sie sich daran hielten da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde das Wort zu predigen in der Provinz Asien als sie aber bis nach Mysien gekommen waren versuchten sie nach Bithynien zu reisen doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn komm herüber nach Mazedonien und hilf uns als er aber die Erscheinung gesehen hatte da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen gewiß dass uns Gott dahin berufen hatte ihnen das Evangelium zu predigen da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien eine römische Kolonie wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss wo wir dachten dass man zu beten pflegte und wir setzten uns und redeten mit den Frauen die dort zusammen kamen und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia eine Purpur Händlerin aus der Stadt Theatira hörte zu der tat der Herr das Herz auf so dass sie darauf acht hatte was von Paulus geredet wurde als sie aber mit ihrem Hause getauft war bat sie uns und sprach wenn ihr anerkennt dass ich an den Herrn glaube so kommt in mein Haus und bleibt da sie nötigte uns es geschah aber als wir zum Gebet gingen da begegnete uns eine Magd die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem paar sagen die folgte Paulus und uns überall hin und schrie diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes die euch den Weg des Heils verkündigen das tat sie viele Tage lang Paulus war darüber so aufgebracht dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach ich gebiete dir im Namen Jesu Christi dass du von ihr ausfährst und erfuhr aus zu derselben Stunde als aber ihre Herren sahen dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war ergriffen sie Paulus und Silas schleppten sie auf den Markt vor die oberen und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr sie sind Juden und verkünden Ordnungen die wir weder annehmen noch einhalten dürfen weil wir Römer sind und das Volk wandte sich gegen sie und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie mit Stöcken zu schlagen nach die man sie hart geschlagen hatte warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher sie gut zu bewachen als er diesen Befehl empfangen hatte warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und die Gefangenen hörten sie plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen zog er das Schwert und wollte sich selbst töten denn er meinte die Gefangenen wären entflohen Paulus aber rief laut tu dir nichts an denn wir sind alle hier da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen und er führte sie heraus und sprach liebe Herren was muß ich tun daß ich gerettet werde sie sprachen glaube an den Herrn Jesus so wirst du und dein und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die striemen und er ließ sich und alle die seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause daß er zum Glauben an Gott gekommen war als es aber Tag geworden war sandten die Stadtrichter die Amtsdiener und ließen sagen Frieden Paulus aber sprach zu ihnen sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen die wir doch römische Bürger sind und in das Gefängnis geworfen und sollten uns nun heimlich fortschicken nein sie sollen selbst kommen und uns hinaus führen die Amtsdiener berichteten diese Worte den Stadtrichtern da fürchteten sie sich als sie hörten daß sie römische Bürger seien und kamen und redeten ihnen zu führten sie heraus und baten sie die Stadt zu verlassen da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia und als sie die Brüder gesehen und sie getröstet hatten zogen sie fort Kapitel 17 nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren kamen sie nach Thessalonich da war eine Synagoge der Juden Wie nun Paulus gewohnt war ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift tat sie ihnen auf und legte ihnen dar dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus den ich so sprach er euch verkündige der Christus ist einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie um sie vor das Volk zu führen sie fanden sie aber nicht da schleiften sie Jason und einige Brüder vor die Oberen der Stadt und schrien diese die den ganzen Weltkreis erregen sind jetzt auch hierher gekommen die beherbergt Jason und diese alle handeln gegen des Kaisers Gebote und sagen ein anderer sei König nämlich Jesus so brachten sie das Volk auf und die Oberen der Stadt die das hörten und erst nachdem ihnen von Jason und den anderen Bürgschaft geleistet war ließen sie sie frei als sie dahin kamen gingen sie in die Synagoge der Juden diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift ob es sich so verhielte so glaubten nun viele von ihnen darunter nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen und Männern als aber die Juden von Thessalonich erfuhren dass auch in Beröa das Volk da schickten die Brüder Paulus sogleich weiter bis an das Meer Silas und Timotheus aber blieben zurück die aber Paulus geleiteten brachten ihn bis nach Athen und nachdem sie den Auftrag empfangen hatten dass Silas und Timotheus so schnell wie möglich zu ihm kommen sollten kehrten sie zurück als aber Paulus in Athen auf sie wartete ergrimmte sein Geist in ihm als er die Stadt voller Götzenbilder sah und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen die sich einfanden einige Philosophen aber Epikurea und Stoiker stritten mit ihm und einige von ihnen sprachen was will dieser Schwätzer sagen andere aber es sieht so aus als wolle er fremde Götter verkündigen er hatte ihnen nämlich das Evangelium von kündigt sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopark und sprachen können wir erfahren was das für eine neue Lehre ist die du lehrst denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren nun wollen wir gerne wissen was das ist alle Athener nämlich auch die Fremden die bei ihnen wohnten hatten nichts anderes im Sinn als etwas Neues zu sagen oder zu hören Paulus aber stand mitten auf dem Areopark und sprach ihr Männer von Athen ich sehe dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt ich bin umher gegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar auf dem stand geschrieben dem unbekannten Gott nun verkündige ich euch was ihr unwissend verehrt Gott der die Welt gemacht hat und alles was darin ist er der Herr des in Tempeln die mit Händen gemacht sind auch lässt er sich nicht von Menschen Händen dienen wie einer der etwas nötig hätte da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen und er hat festgesetzt wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen von einem jeden unter uns denn in ihm Leben Weben und sind wir wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben wir sind seines Geschlechts da wir nun göttlichen Geschlechts sind sollen wir nicht meinen die Gottheit sei gleich den goldenen silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweg gesehen nun aber gebietet er den Menschen das alle an allen Enden Buße tun denn er hat einen Tag fest gesetzt an dem er den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit durch einen Mann den er dazu bestimmt hat und hat jedermann den Glauben angeboten indem er ihn von den Toten auferweckt hat als sie von der Auferstehung der Toten hörten begannen die einen zu spotten die anderen aber sprachen wir wollen dich darüber ein andermal weiter hören so ging Paulus von ihnen einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig unter ihnen war auch Dionysios einer aus dem Rat und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen Kapitel 18 Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen weil Kaiser Claudius allen Juden gewoten hatte Rom zu verlassen zu denen ging Paulus und weil er das gleiche Handwerk hatte blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden dass Jesus der Christus ist als sie aber widerstrebten und lästerten schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen euer Blut komme über euer Haupt ohne Schuld gehe ich von nun an zu den Heiden und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus eines Gottesfürchtigen dessen Haus war neben der Synagoge Christus aber der Vorsteher der Synagoge kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Hause und auch viele Korinther die zuhörten wurden gläubig und ließen sich taufen es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus fürchte dich nicht sondern rede und schweige nicht denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen dir zu schaden denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt er blieb aber dort ein Jahr und sechs Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes als aber Galio Stadthalter in Achaia war empörten sich die Juden einmütig gegen Paulus und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen dieser Mensch überredet die Leute Gott zu dienen dem Gesetz zu wieder als aber Paulus den Mund auftun wollte sprach Galio zu den Juden wenn es um einen Frevel oder ein Vergehen ginge ihr Juden so würde ich euch anhören wie es recht ist weil es aber Fragen sind über Lehre und Namen und das Gesetz bei euch so seht ihr selber zu ich gedenke darüber nicht Richter zu sein und er trieb sie weg von dem Richterstuhl da ergriffen sie alle Sostenes den Vorsteher der Synagoge und schlugen ihn vor dem Richterstuhl und Galio kümmerte sich nicht darum Paulus aber blieb noch eine Zeit lang dort danach nahm er Abschied von den Brüdern und wollte nach Syrien fahren und mit ihm Priscilla und Aquila zuvor ließ er sich in Kenchrehe sein Haupt scheren denn er hatte ein Gelübde getan und sie kamen nach Ephesus und er ließ die beiden dort zurück er aber ging in die Synagoge und redete mit den Juden sie baten ihn aber dass er längere Zeit bei ihnen bleibe doch er willigte nicht ein sondern nahm Abschied von ihnen und sprach willst Gott so will ich wieder zu euch kommen und er fuhr weg von Ephesus und kam nach Caesarea und ging hinauf nach Jerusalem und grüßte die Gemeinde und zog hinab nach Antiochia und nachdem er einige Zeit geblieben war brach er wieder auf und durchzog nacheinander das galatische Land und Phrygien und stärkte alle Jünger es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig ein bereter Mann und gelehrt in der Schrift dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus wußte aber nur von der Taufe des Johannes er fing an frei und offen zu predigen in der Synagoge als ihn Aquila und zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus als er aber nach Achaja reisen wollte schrieben die Brüder an die Jünger dort und empfahlen ihnen ihn aufzunehmen und als er dahin gekommen war half er denen viel die gläubig geworden waren durch die Gnade denn er widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schrift dass Jesus der Christus ist Kapitel 19 es geschah aber als Apollos in Korinth war daß Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand zu denen sprach er habt ihr den Heiligen Geist empfangen als ihr gläubig wurdet sie sprachen zu ihm wir haben noch nie gehört dass es einen Heiligen Geist gibt und er fragte sie worauf seid ihr denn getauft sie antworteten auf die taufe des Johannes Paulus aber sprach Johannes hat getauft mit der taufe der Buße und dem Volk gesagt sie sollten an den glauben der nach ihm kommen werde nämlich an Jesus als sie das hörten ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus und als Paulus die Hände auf sie legte kam der und weiß sagten es waren aber zusammen etwa zwölf Männer er ging aber in die Synagoge und predigte frei und offen drei Monate lang lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von der Lehre trennte er sich von ihnen und sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus und das geschah zwei Jahre lang so daß alle die in der Provinz Asien wohnten das Wort des Herrn hörten Juden und Griechen und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus so hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher die er auf seiner Haut getragen hatte über die Kranken und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus es unterstanden sich aber einige von den Juden die als Beschwörer umherzogen den Namen des Herrn Jesus zu nennen über denen die böse Geister hatten und sprachen ich beschwöre euch bei dem Jesus den Paulus predigt es waren aber sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters mit Namen Skephas die dies taten aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen Jesus kenne ich wohl und von Paulus weiß ich wohl aber wer seid ihr und der Mensch in dem der böse Geist war stürzte sich auf sie und überwältigte sie alle und richtete sie so zu dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen das aber wurde allen bekannt die in Ephesus wohnten Juden und Griechen und Furcht befiel sie alle und verkündeten was sie getan hatten viele aber die Zauberei getrieben hatten brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silbergroschen so breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig als das geschehen war nahm sich Paulus im Geist vor durch Mazedonien und Achaja zu ziehen und nach Jerusalem zu reisen und sprach wenn ich dort gewesen bin muss ich auch Rom sehen und er sandte zwei die ihm dienten Timotheus und Erastus nach Mazedonien er aber blieb noch eine Weile in der Provinz Asien es erhob sich aber um diese Zeit eine nicht geringe Unruhe über den neuen Weg denn einer mit Namen Demetrius ein Goldschmied machte silberne Tempel der Diana und verschaffte denen vom Handwerk nicht geringen Gewinn diese und die Zuarbeiter dieses Handwerks versammelte er und sprach liebe Männer ihr wisst dass wir großen Gewinn von diesem Gewerbe haben und ihr seht und hört dass nicht allein in Ephesus sondern auch fast in der ganzen Provinz Asien dieser Paulus viel Volk abspenstig macht überredet und spricht was mit Händen gemacht ist das sind keine Götter aber es droht nicht nur unser Gewerbe in Verruf zu geraten sondern auch der Tempel der großen Göttin Diana wird für nichts geachtet werden und zudem wird ihre Göttliche Majestät untergehen der doch die ganze Provinz Asien und der Weltkreis Verehrung erweist als sie das hörten wurden sie von Zorn erfüllt und schrien groß ist die Diana der Epheser und die ganze Stadt wurde voll getümmel sie stürmten einmütig zum Theater und ergriffen Gaius und Aristarch aus Mazedonien die Gefährten des Paulus als aber Paulus unter das Volk gehen wollte ließen es ihm die Jünger nicht zu auch einige der oberen der Provinz Asien die ihm freundlich gesinnt waren sandten zu ihm und ermahnten ihn sich nicht zum Theater zu begeben dort schrien die einen dies die anderen das und die Versammlung war in Verwirrung und die meisten wußten nicht warum sie zusammen gekommen waren einige aber aus der Menge unterrichteten den Alexander den dass er ein Jude war schrie alles wie aus einem Munde fast zwei Stunden lang groß ist die Diana der Epheser als aber der Kanzler das Volk beruhigt hatte sprach er ihr Männer von Ephesus wo ist ein Mensch der nicht weiß dass die Stadt Ephesus eine Hüterin der großen Diana ist und ihres Bildes das vom Himmel gefallen ist weil das nun unwidersprechlich ist sollt ihr euch ruhig verhalten und nichts unbedacht tun ihr habt diese Menschen hergeführt die weder Tempelräuber noch Lästerer unserer Göttin sind haben aber Demetrius und die mit ihm vom Handwerk sind einen Anspruch an jemanden so gibt es Gerichte und Stadthalter da lasst sie sich untereinander verklagen wollt ihr aber darüber hinaus noch etwas so kann man es in einer ordentlichen Versammlung entscheiden denn wir stehen in Gefahr wegen der heutigen Empörung verklagt zu werden ohne daß ein Grund vorhanden ist mit dem wir diesen Auffruhr entschuldigen könnten und als er dies gesagt hatte ließ er die Versammlung gehen Kapitel 20 als nun das Getümmel aufgehört hatte rief Paulus die Jünger zu sich und tröstete sie nahm Abschied und brach auf um nach Mazedonien zu reisen und als er Gemeinden mit vielen Worten ermahnt hatte kam er nach Griechenland und blieb dort drei Monate da ihm aber die Juden nachstellten als er zu Schiff nach Syrien fahren wollte beschloss er durch Mazedonien zurück zu kehren es zogen aber mit ihm Sopater aus Beröa der Sohn des Pyrus aus Thessalonich aber Aristarch und Sekundus und Gaius aus Derbe und Timotheus aus der Diese reisten voraus und warteten auf uns in Troas Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote mit dem Schiff von Philippi ab und kamen am fünften Tag zu ihnen nach Troas und blieben dort sieben Tage Am ersten Tag der Woche aber als wir versammelt waren das Brot zu brechen predigte ihnen Paulus und da er am nächsten Tag weiter reisen wollte zog wo wir versammelt waren es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychus in einem Fenster und sank in einen tiefen Schlaf weil Paulus so lange redete und vom Schlaf überwältigt fiel er hinunter vom dritten Stock und wurde tot aufgehoben Paulus aber ging hinab und warf sich über ihnen umfing ihn und sprach macht kein Getümmel denn es ist Leben in ihm dann ging er hinauf und brach das Brot und aß und redete viel mit ihnen bis der Tag anbrach und so zog er hinweg sie brachten aber den jungen Mann lebend herein und wurden nicht wenig getröstet wir aber zogen voraus zum Schiff und fuhren nach Assos und wollten dort Paulus zu uns nehmen denn er hatte es so befohlen weil er selbst zu Fuß gehen wollte als uns traf in Assos nahmen wir ihn zu uns und kamen nach Mithylene und von dort fuhren wir weiter und kamen am nächsten Tag auf die Höhe von Chios am folgenden Tag gelangten wir nach Samos und am nächsten Tag kamen wir nach Milet denn Paulus hatte beschlossen an Ephesus vorüber zu fahren um in der Provinz Asien keine Zeit zu verlieren denn er und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen als aber die zu ihm kamen sprach er zu ihnen ihr wisst wie ich mich vom ersten Tag an als ich in die Provinz Asien gekommen bin die ganze Zeit bei euch verhalten habe wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfahren sind ich habe euch nichts vorenthalten was nützlich ist dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte öffentlich und in den Häusern und habe Juden und Griechen bezeugt die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus und nun siehe durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht was mir dort begegnen wird nur daß der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt daß Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes und nun siehe ich weiß daß ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet ihr alle zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe darum bezeuge ich euch am heutigen Tage daß ich rein bin vom Blut aller denn ich habe nicht unterlassen euch den ganzen Ratschluß Gottes zu verkündigen so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen zu weiden die Gemeinde Gottes die er durch sein Blut erworben Abschied reißende Wölfe zu euch kommen die Herde nicht verschonen werden auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen die verkehrtes lehren um die Jünger an sich zu ziehen darum seid wachsam und denkt daran daß ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe einen jeden unter Tränen zu ermahnen und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade der mächtig ist euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen die geheiligt sind ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt denn ihr wisst selber daß mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben für mich und die die mit mir gewesen sind ich habe euch in allem gezeigt daß man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus der selbst gesagt hat geben ist seliger als nehmen und als er das gesagt hatte kniete er nieder und betete mit ihnen allen da begannen alle laut zu weinen und sie fielen Paulus um den Hals und küßten ihn am allermeisten betrübt über das Wort das er gesagt hatte sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen und sie geleiteten ihn auf das Schiff als wir uns nun von ihnen losgerissen hatten und abgefahren waren kamen wir geradewegs nach Kos und am folgenden Tage nach Rhodos und von da nach Patara und als wir ein Schiff fanden das nach Phönizien fuhr stiegen wir ein und fuhren ab als aber Zypern in Sicht kam ließen wir es linke Hand liegen und fuhr nach Syrien und kamen in Tyros an denn dort sollte das Schiff die Ware ausladen als wir nun die Jünger fanden blieben wir sieben Tage dort die sagten Paulus durch den Geist er solle nicht nach Jerusalem hinauf ziehen und es geschah als wir die Tage zugebracht hatten da machten wir uns auf und reisten weiter und sie geleiteten uns alle mit Frauen und Kindern bis hinaus vor die Stadt und wir knieten nieder am Ufer und beteten und als wir voneinander Abschied genommen hatten stiegen wir ins Schiff jene aber wandten sich wieder heimwärts wir beendeten die Seefahrt und kamen von Tyrus nach Ptolemais begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus des Evangelisten der einer von den sieben war und blieben bei ihm der hatte vier Töchter die waren Jungfrauen und weiß sagten und als wir mehrere Tage da blieben kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab und als er zu uns kam nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach das sagt der Heilige Geist den Mann dem dieser Gürtel gehört werden die Juden in Jerusalem so binden und über Antworten in die Hände der Heiden als wir aber das hörten baten wir und die aus dem Ort daß er nicht hinauf nach Jerusalem zöge Paulus aber antwortete was macht ihr daß ihr weint und brecht mir mein Herz denn ich bin bereit nicht allein mich binden zu lassen sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus da er sich aber nicht überreden ließ schwiegen wir und sprachen des Herrn Wille geschehe und nach diesen Tagen machten wir uns fertig und zogen hinauf nach Jerusalem es kamen aber mit uns auch einige Jünger aus Caesarea und führten uns zu einem alten Jünger mit Namen Nason aus die Brüder gerne auf am nächsten Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und es kamen die Ältesten alle dorthin und als er sie begrüßt hatte erzählte er eins nach dem anderen was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte als sie aber das hörten lobten sie Gott und sprachen zu ihm Bruder du siehst wie viel tausend Juden gläubig geworden sind und alle sind eiferer für das Gesetz ihnen ist aber berichtet worden über dich dass du alle Juden die unter den Heiden wohnen den Abfall von Mose lehrst und sagst sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden und auch nicht nach den Ordnungen leben was nun auf jeden Fall werden sie hören dass du gekommen bist so tu nun das was wir dir sagen wir haben vier Männer die haben ein Gelübde auf sich genommen die nimm zu dir und lass dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie daß sie ihr haupt scheren können so werden alle erkennen daß es nicht so ist wie man ihnen über dich berichtet hat sondern daß du selber auch nach dem Gesetz lebst und es hältst wegen der gläubig gewordenen Heiden aber haben wir beschlossen und geschrieben Tag mit ihnen und ging in den Tempel und zeigte an daß die Tage der Reinigung beendet sein sollten sobald für jeden von ihnen das Opfer dargebracht wäre als aber die sieben Tage zu Ende gingen sahen ihn die Juden aus der Provinz Asien im Tempel und erregten das ganze Volk legten die Hände an ihn und schrien ihr Männer von Israel helft dies ist in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht denn sie hatten Trophimus den Epheser mit ihm in der Stadt gesehen den meinten sie hätte Paulus in den Tempel geführt und die ganze Stadt wurde erregt und es entstand ein Auflauf des Volkes sie ergriffen aber Paulus und zogen ihn zum Tempel hinaus und sogleich wurden die Tore zugeschlossen als sie ihn aber töten wollten kam die Nachricht hinauf vor den Oberst der Abteilung das ganz Jerusalem in Aufruhr sei der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute und lief hinunter zu ihnen als sie aber den Oberst und die Soldaten sahen hörten sie auf Paulus zu schlagen als nun der Oberst herangekommen war nahm er ihn fest und ließ ihn fesseln mit zwei Ketten und fragte wer er da er aber nichts gewisses erfahren konnte wegen des Getümmels ließ er ihn in die Burg führen und als er an die Stufen kam mußten ihn die Soldaten tragen wegen des Ungestüms des Volkes denn die Menge folgte und schrie weg mit ihm als nun Paulus in die Burg geführt werden sollte fragte er den Oberst darf ich mit dir reden er aber sprach kannst du griechisch bist du nicht der ägypter der vor diesen tagen einen aufruhr gemacht und 4000 von den aufruhrern in die wüste hinaus geführt hat Paulus aber sprach ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus in Zilizien Bürger einer namhaften Stadt ich bitte dich erlaube mir zu dem Volk zu reden als er es ihm aber erlaubte trat Paulus auf die Stufen und winkte dem Volk mit der Hand da entstand eine große Stille und er redete zu ihnen auf hebräisch und sprach Kapitel 22 ihr Männer liebe Brüder und Väter hört mir zu wenn ich mich jetzt für euch verantworte als sie aber hörten dass er auf hebräisch zu ihnen redete wurden sie noch stiller und er sprach ich bin ein jüdischer Mann geboren in Tarsus in Zilizien aufgewachsen aber in dieser Stadt und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels und war ein Eiferer für Gott wie ihr es heute alle seid ich habe die neue Lehre verfolgt bis auf den Tod ich band Männer und Frauen und warf sie ins Gefängnis wie mir auch der hohe Priester und alle Ältesten bezeugen von ihnen empfing ich auch Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus um auch die die dort waren gefesselt nach Jerusalem zu führen damit sie bestraft würden es geschah aber als ich dorthin zog und in die Nähe von Damaskus kam darum leuchtete mich plötzlich um die Mittagszeit ein großes Licht vom Himmel und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme die sprach zu mir Saul was verfolgst du mich ich antwortete aber Herr wer bist du und er sprach zu mir ich bin Jesus von Nazareth den du verfolgst die aber mit mir waren sahen zwar das Licht aber die Stimme dessen der mit mir redete hörten sie nicht ich fragte aber Herr was soll ich tun und der Herr sprach zu mir steh auf und geh nach Damaskus dort wird man dir alles sagen was dir zu tun aufgetragen ist als ich aber geblendet von der Klarheit dieses Lichtes nicht sehen konnte wurde ich an der Hand geleitet von denen die bei mir waren und kam nach Damaskus da war aber ein gottesfürchtiger Mann der sich an das Gesetz hielt mit Namen Hananias der einen guten Ruf bei allen Juden hatte die dort wohnten der kam zu mir trat vor mich hin und sprach zu mir Saul lieber Bruder sei sehend und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen er aber sprach der Gott unserer Väter hat dich erwählt dass du seinen Willen erkennen sollst und den Gerechten sehen und die Stimme aus seinem Munde hören denn du wirst für ihn vor allen Menschen Zeuge sein von dem was du gesehen und gehört hast und nun was zögerst du steh auf und rufe seinen Namen an und lasse dich taufen und deine Sünden abwaschen es geschah aber als ich wieder nach Jerusalem kam und im Tempel betete dass ich in Verzückung geriet und ihn sah da sprach er zu mir eile und mach dich schnell auf aus Jerusalem denn dein Zeugnis von mir werden sie nicht annehmen und ich sprach Herr sie wissen doch dass ich die die an dich glaubten gefangen nahm und in den Synagogen geißeln ließ und als das Blut des Stephanus deines Zeugen vergossen wurde stand ich auch dabei und hatte gefallen daran und bewachte denen die Kleider die ihn töteten und er sprach zu mir geh hin denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden sie hörten ihm aber zu bis zu diesem Wort dann erhoben sie ihre Stimme und riefen hin weg mit diesem von der Erde denn er darf nicht mehr leben als sie aber schrien und ihre Kleider abwarfen und staub in die Luft wirbelten befahl der Oberst ihn in die Burg zu führen und sagte daß man ihn geißeln und verhören sollte um zu erfahren aus welchem Grund sie so gegen ihn schrien als man ihn aber zum Geißeln zu Geißeln als das der Hauptmann hörte ging er zu dem Oberst und berichtete ihm und sprach was willst du tun dieser Mensch ist römischer Bürger da kam der Oberst zu ihm und fragte ihn sage mir bist du römischer Bürger er aber sprach ja da sagte der Oberst ich habe dies Bürgerrecht für viel Geld erworben Paulus aber sprach ich aber bin schon als römischer Bürger und der Oberst fürchtete sich als er vernahm daß es ein römischer Bürger war den er hatte festbinden lassen am nächsten Tag wollte er genau erkunden warum Paulus von den Juden verklagt wurde er ließ ihn von den Ketten lösen und befahl den hohen Priestern und dem ganzen hohen Rat zusammen zu kommen und führte Paulus hinab und stellte ihn vor sie Kapitel 23 Paulus aber sah den hohen Rat an und sprach ihr Männer liebe Brüder ich habe mein Leben mit gutem Gewissen vor Gott geführt bis auf diesen Tag der hohe Priester Hananias aber befahl denen die um ihn standen ihn auf den Mund zu schlagen da sprach Paulus zu ihm Gott wird dich schlagen du getünchter Wand sitzt du da und richtest mich nach dem Gesetz und lässt standen sprachen schmähst du den hohen Priester Gottes und Paulus sprach liebe Brüder ich wußte es nicht daß er der hohe Priester ist denn es steht geschrieben dem obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen als aber Paulus erkannte daß ein Teil Sadduzeer war und der andere Teil Pharisäer rief er im Rat ihr Männer liebe Brüder ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern ich werde angeklagt um der Hoffnung und um der Auferstehung der Toten willen als er aber das sagte entstand Zwietracht zwischen Pharisäern und Sadduzeern und die Versammlung spaltete sich denn die Sadduzeer sagen es gebe keine Auferstehung noch Engel noch Geister die Pharisäer aber lehren beides es entstand aber ein großes Schrei und einige Schriftgelehrte von der Partei der Pharisäer standen auf stritten und sprachen wir finden nichts böses an diesem Menschen vielleicht hat ein Geist oder ein Engel mit ihm geredet als aber die Zwietracht groß wurde befürchtete der Oberst sie könnten Paulus zerreißen und ließ Soldaten hinab gehen und Paulus ihnen entreißen und in die Burg führen in der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach sei getrost denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst so musst du auch in Rom Zeuge sein als es aber Tag wurde rotteten sich einige Juden zusammen und verschworen sich weder zu essen noch zu trinken bis sie Paulus getötet hätten es waren aber mehr als vierzig die diese Verschwörung machten die gingen zu den hohen Priestern und ältesten so wirkt nun ihr mit dem hohen Rat bei dem Oberst darauf hin daß er ihn zu euch herunter führen läßt als wolltet ihr ihn genauer verhören wir aber sind bereit ihn zu töten ehe er vor euch kommt als aber der Sohn der Schwester des Paulus von dem Anschlag hörte ging er und kam in die Burg und berichtete es Paulus Paulus aber rief einen von Oberst und sprach der gefangene Paulus hat mich zu sich rufen lassen und mich gebeten diesen jungen Mann zu dir zu führen der dir etwas zu sagen hat da nahm ihn der Oberst bei der Hand und führte ihn beiseite und fragte ihn was ist das du mir zu sagen hast er aber sprach die Juden sind übereingekommen dich zu bitten daß du Paulus morgen vor weder zu essen noch zu trinken bis sie ihn getötet hätten und jetzt sind sie bereit und warten auf deine Zusage da ließ der Oberst den jungen Mann gehen und gebot ihm niemandem zu sagen daß er ihm das eröffnet hätte und der Oberst rief zwei Hauptleute zu sich und sprach rüstet zweihundert Soldaten daß sie nach Caesarea ziehen und siebzig Reiter und zweihundert schützen für die dritte Stunde der Nacht und halte Tiere bereit Paulus drauf zu setzen und wohlverwahrt zu bringen zum Stadthalter Felix und er schrieb einen Brief der lautete Claudius Lysias dem edlen Stadthalter Felix Gruß zuvor diesen Mann hatten die Juden ergriffen und wollten ihn töten da kam ich mit Soldaten dazu und entriss ihnen den und erfuhr daß er ein römischer führte ihn hinunter vor ihren hohen Rat da fand ich daß er beschuldigt wird wegen Fragen ihres Gesetzes aber keine Anklage gegen sich hatte auf die Tod oder Gefängnis steht und als vor mich kam daß ein Anschlag gegen den Mann geplant sei sandte ich ihn zugleich zu dir und wies auch die Kläger an vor dir zu sagen was sie gegen ihn hätten die Soldaten nahmen sie die Reiter mit ihm ziehen und kehrten wieder in die Burg zurück als aber jene nach Caesarea kamen übergaben sie den Brief dem Stadthalter und führten ihm auch Paulus vor als der Stadthalter den Brief gelesen hatte fragte er aus welchem Land er sei und als er erfuhr daß er aus Zilizien sei sprach er ich will dich verhören wenn deine Ankläger auch da sind und er ließ ihn in Gewahrsam halten im Palast des Herodes Kapitel 24 Nach fünf Tagen kam der hohe Priester Hananias mit einigen Ältesten und dem Anwalt Tertullus herab die erschienen vor dem Stadthalter gegen Paulus als der aber herbeigerufen worden war fing Tertullus an ihn anzuklagen und sprach daß wir in großem Frieden leben unter dir und daß diesem Volke viele Wohltaten widerfahren sind durch deine Fürsorge edelster Felix das erkennen wir alle Zeit und überall mit aller Dankbarkeit an damit ich dich aber nicht zu lange aufhalte bitte ich dich du wollest uns kurz anhören in deiner Güte wir haben erkannt daß dieser Mann schädlich ist und daß er Aufruhr erregt unter allen Juden auf dem ganzen Erdkreis und daß er ein begriffen wenn du ihn verhörst kannst du selbst das alles von ihm erkunden dessentwegen wir ihn verklagen auch die Juden bekräftigten das und sagten es verhielte sich so Paulus aber antwortete als ihm der Stadthalter winkte zu reden weil ich weiß daß du in diesem Volk nun viele Jahre Richter bist will ich meine Sache unerschrocken verteidigen du kannst feststellen daß es nicht mehr als zwölf Tage sind seit ich nach Jerusalem hinauf zog um anzubeten und sie haben mich weder im Tempel noch in den Synagogen noch in der Stadt dabei gefunden wie ich mit jemandem gestritten oder einen Aufruhr im Volk gemacht hätte sie können dir auch nicht beweisen wessen sie mich jetzt verklagen das bekenne ich dir aber daß ich nach dem Weg den sie eine Propheten ich habe die Hoffnung zu Gott die auch sie selbst haben nämlich daß es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird darin übe ich mich alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen nach mehreren Jahren aber bin ich gekommen um Almosen für mein Volk zu überbringen und zu opfern als ich mich im Tempel reinigte ohne Auflauf und Getümmel fanden mich dabei einige Juden aus der Provinz Asien die sollten jetzt hier sein vor dir und mich verklagen wenn sie etwas gegen mich hätten oder laß die sich ihr selbst sagen was für ein Unrecht sie gefunden haben als ich vor dem Hohen Rat stand es sei denn dies eine Wort das ich rief als ich unter ihnen stand um der Auferstehung der Toten Willen werde ich von euch heute angeklagt Felix aber zog die Sache hin denn er wußte recht gut um diese Lehre und sprach wenn der Oberst Lysias herbeikommt so will ich eure Sache entscheiden er befahl aber dem Hauptmann Paulus gefangen zu halten doch in leichtem Gewahrsam und niemandem von den Seinen zu wehren ihm zu dienen nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla die eine Jüdin war und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete erschrak Felix und antwortete für diesmal geh zu gelegener Zeit will ich dich widerrufen lassen er hoffte aber nebenbei daß ihm von Paulus Geld gegeben werde darum ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm als aber zwei Jahre um waren kam Portius Festus als Nachfolger des Felix Felix aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und ließ Paulus gefangen zurück Kapitel 25 als nun Festus ins Land gekommen war zog er nach drei Tagen von Caesarea hinauf nach Jerusalem da erschienen die hohen Priester und die Angesehensten der Juden vor ihm gegen Paulus und drangen in ihn und baten ihn um die Gunst dass er Paulus nach Jerusalem kommen ließe denn sie wollten ihm einen Hinterhalt legen um ihn unterwegs umzubringen da antwortete Festus Paulus werde weiter in Gewahrsam gehalten in Caesarea er selber aber werde in Kürze wieder dahin ziehen die nun unter euch ermächtigt sind sprach er die lasst mit hinab ziehen und den Mann verklagen wenn etwas Unrechtes an ihm ist nachdem aber Festus bei ihnen nicht mehr als acht oder zehn Tage gewesen war zog er hinab nach Caesarea und am nächsten Tag setzte er sich auf den Richterstuhl und ließ Paulus holen als der aber vor ihn kam umringten ihn die Juden die von Jerusalem herab gekommen waren und brachten viele und schwere Klagen gegen ihn vor die sie aber nicht beweisen konnten Paulus aber verteidigte sich ich habe mich weder am Gesetz der Juden noch am Tempel noch am Kaiser versündigt Festus aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und antwortete Paulus und sprach willst du hinauf nach Jerusalem und dich dort in dieser Sache von mir richten lassen Paulus aber sprach ich stehe vor des Kaisers Gericht da muß ich gerichtet werden den Juden habe ich kein Unrecht getan wie auch du sehr wohl weißt habe ich aber Unrecht getan und todeswürdig gehandelt so weigere ich mich nicht zu sterben ist aber nichts an dem dessentwegen sie mich verklagen so darf mich ihnen niemand preis geben ich berufe mich auf den Kaiser da besprach sich Festus mit seinen Ratgebern und antwortete auf den Kaiser hast du dich berufen zum Kaiser sollst du ziehen nach einigen Tagen kamen König Agrippa und Berenike nach Caesarea Festus zu begrüßen und als sie mehrere Tage dort waren legte Festus dem König die Sache des Paulus vor und sprach da ist ein Mann von Felix als Gefangener zurückgelassen worden und dessen Willen erschienen die hohen Priester und Ältesten der Juden vor mir als ich in Jerusalem war und baten ich solle ihn richten lassen denen antwortete ich es ist der Römer Art nicht einen angeklagten preiszugeben bevor er seinen Klägern gegenüberstand und Gelegenheit hatte sich gegen die Anklage zu verteidigen als sie aber hier zusammen kamen duldete ich keinen Aufschub sondern hielt am nächsten Tag Gericht und ließ den Mann vorführen als seine Streit mit ihm über einige Fragen ihres Glaubens und über einen verstorbenen Jesus von dem Paulus behauptete er lebe da ich aber von diesem Streit nichts verstand fragte ich ob er nach Jerusalem reisen und sich dort deswegen richten lassen wolle als aber Paulus sich auf sein Recht berief bis zur Entscheidung des Kaisers in Gewahrsam zu bleiben ließ ich ihn gefangen halten bis ich ihn zum Kaiser senden könnte Agrippa sprach zu Festus ich möchte den Menschen auch gerne hören er aber sprach morgen sollst du ihn hören und am nächsten Tag kamen Agrippa und Berenike mit großem Gepränge und gingen in den Palast mit den Hauptleuten und vornehmsten Männern der Stadt und als Festus es befahl wurde Paulus gebracht und Festus sprach König Agrippa und all ihr Männer die ihr mit uns hier seid da seht ihr den um dessen Willen die ganze Menge der Juden in Jerusalem und auch hier in mich drang und schrie er dürfe nicht länger leben als ich aber erkannte dass er nichts getan hatte das des todes würdig war und er auch selber sich auf den Kaiser berief beschloss ich ihn dorthin zu senden etwas sicheres über ihn aber habe ich nicht dass ich meinem Herrn schreiben könnte darum habe ich ihn vor euch bringen lassen vor allem aber vor dich könig agrippa damit ich nach geschehenem verhör etwas hätte was ich schreiben könnte denn es erscheint mir unsinnig einen Gefangenen zu schicken und keine Beschuldigung gegen ihn anzugeben Kapitel 26 Agrippa aber sprach zu Paulus es ist dir erlaubt für dich selbst zu reden da streckte Paulus die Hand aus und verantwortete sich es ist mir sehr lieb könig agrippa dass ich mich heute vor dir verantworten soll wegen all der dinge deren ich von den juden beschuldigt werde vor allem weil du alle ordnungen und streit fragen der juden kennst darum bitte ich dich mich geduldig anzuhören mein Leben von jugend auf wie ich es von anfang an vor meinem volk und den jerusalem zugebracht habe ist allen juden bekannt die mich von früher kennen wenn sie es bezeugen wollten denn nach der allerstrengsten richtung unseres glaubens habe ich gelebt als pharisäer und nun stehe ich hier und werde angeklagt wegen der hoffnung auf die verheißung die unseren vätern von gott gegeben ist auf ihre erfüllung hoffen die zwölf stämme unseres volkes wenn sie gott bei tag und nacht beharrlich dienen wegen dieser hoffnung werde ich o könig von den juden beschuldigt warum wird das bei euch für unglaublich gehalten dass gott tote auferweckt zwar meinte auch ich selbst ich müsste viel gegen den namen jesu von nazareth tun das habe ich in jerusalem auch getan dort brachte ich viele heilige ins gefängnis wozu ich vollmacht von den hohen priestern empfangen hatte und wenn sie getötet werden sollten gab ich meine stimme dazu und in allen synagogen zwang ich sie oft durch strafen zur lästerung und ich wütete maßlos gegen sie verfolgte sie auch bis in die fremden städte als ich nun nach damaskus reiste mit vollmacht und dem auftrag der hohen priester sah ich mitten am tage hoh als wir aber alle zu boden stürzten hörte ich eine stimme zu mir reden die sprach auf hebräisch saul saul was verfolgst du mich es wird dir schwer sein wieder den stachel zu löcken ich aber sprach herr wer bist du der herr sprach ich bin jesus den du verfolgst steh nun auf und stell dich auf deine füße denn dazu bin ich dir erschienen will dich erretten von deinem volk und von den heiden zu denen ich dich sende um ihnen die augen aufzutun daß sie sich bekehren von der finsternis zum licht und von der gewalt des satans zu gott so werden sie vergebung der sünden empfangen und das erbteil samt denen die geheiligt sind durch den glauben an mich daher könig agrippa war ich der himmlischen erscheinung nicht ungehorsam sondern verkündigte zuerst denen in damaskus und in jerusalem und dem ganzen jüdischen land und dann auch den heiden sie sollten buße tun und sich zu gott bekehren und rechtschaffende werke der buße tun deswegen haben mich die juden im tempel ergriffen und versucht mich zu töten aber gottes hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen tag dass christus müsse leiden und als erster auferstehen von den toten und verkündigen das licht seinem volk und den heiden als er aber dies zu seiner verteidigung sagte sprach festus mit lauter stimme paulus du bist von sinnen das große wissen macht dich wahnsinnig paulus aber sprach edler festus ich bin nicht von sinnen sondern ich rede wahre und vernünftige worte der könig zu dem ich frei und offen rede versteht sich auf diese dinge denn ich bin gewiß daß ihm nichts davon verborgen ist denn dies ist nicht im winkel geschehen glaubst du könig agrippa den propheten ich weiß daß du glaubst agrippa aber sprach zu paulus es fehlt nicht viel so wirst du mich noch überreden und einen christen aus mir machen paulus aber sprach ich wünsch dir vor würden was ich bin ausgenommen diese fesseln da stand der könig auf und der stadthalter und berenike und die bei ihnen saßen und als sie sich zurück zogen redeten sie miteinander und sprachen dieser mensch hat nichts getan was tot oder gefängnis verdient hätte agrippa aber sagte zu festus dieser mensch könnte freigelassen werden wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte Kapitel 27 Als es aber beschlossen war daß wir nach Italien fahren sollten übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von einer kaiserlichen Abteilung wir bestiegen aber ein Schiff aus Adramition das die Küstenstätte der Provinz Asien anlaufen sollte und fuhren ab mit uns war auch Aristarch ein Mazedonier aus Thessalonich und am nächsten Tag kamen wir in Sidon an und Julius verhielt sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm zu seinen Freunden zu gehen und sich pflegen zu lassen und von da stießen wir ab und fuhren im Schutz von Zypern hin und fuhren über das Meer längs der Küste von Silizien und Pamphylien und kamen nach Myra in Lithien und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria das nach Italien ging und ließ uns darauf übersteigen wir kamen aber viele Tage nur langsam vorwärts und gelangten mit Mühe bis auf die Höhe von Knedos denn der Wind hinderte uns und wir fuhren im Schutz von Kreta hin bis auf die Höhe von Salmone und gelangten kaum daran vorbei und kamen an einen Ort der Guthafen heißt nah dabei lag die Stadt Lasea da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde ermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen liebe Männer ich sehe dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird nicht allein für die Ladung und das Schiff sondern auch für unser Leben aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem was Paulus sagte und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan von dort weiter zu fahren und zu versuchen ob sie zum Überwintern bis nach Phönix kommen könnten einem Hafen auf Kreta der haben ausführen zu können lichteten die Anker und fuhren nahe an Kreta entlang nicht lange danach aber brach von der Insel her ein Sturmwind los den man Nordost nennt und da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte gaben wir auf und ließen uns treiben wir fuhren aber vorbei an einer Insel die Kauda heißt da konnten wir mit spannten zum Schutz das Schiff mit Seilen da sie aber fürchteten in die Syrte zu geraten ließen sie den Treibanker herunter und trieben so dahin und da wir großes Ungewitter erlitten warfen sie am nächsten Tag Ladung ins Meer und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät hinaus da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Gewitter uns bedrängte war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin und als man lange nichts gegessen hatte trat Paulus mitten unter sie und sprach liebe Männer man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben doch nun ermahne ich euch seid unverzagt denn keiner von euch wird umkommen nur das Schiff denn diese Nacht trat zu mir nicht Paulus du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe Gott hat dir geschenkt alle die mit dir fahren darum liebe Männer seid unverzagt denn ich glaube Gott es wird so geschehen wie mir gesagt ist wir werden aber auf einer Insel auflaufen als aber die vierzehnte Nacht kam seit wir in der Adria trieben wähnten die Schiffsleute um Mitternacht sie kämen an ein Land Faden tief und ein wenig weiter loteten sie abermals und fanden es fünfzehn Faden tief da fürchteten sie wir würden auf Klippen geraten und warfen hinten vom Schiff vier Anker aus und wünschten dass es Tag würde als aber die Schiffsleute vom Schiff zu fliehen suchten und das Beiboot ins Meer herab ließen und vorgaben sie wollten auch vorne die Anker herunter lassen sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben könnt ihr nicht gerettet werden da hieben die Soldaten die Tower ab und ließen das Beiboot ins Meer fallen und als es anfing hell zu werden ermahnte Paulus sie alle Nahrung zu sich zu nehmen und sprach es ist heute der vierzehnte Tag dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt darum ermahne ich euch etwas zu essen denn das dient zu eurer Rettung es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen und als er das gesagt hatte nahm er Brot dankte Gott vor ihnen allen und brach es und fing an zu essen da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich wir waren aber alle zusammen im Schiff 276 und nachdem sie satt geworden waren erleichterten sie das Schiff und warfen das Getreide in das Meer als es aber Tag wurde kannten sie das Land nicht eine Bucht aber wurden sie gewahr die hatte ein flaches Ufer dahin wollten sie das Schiff treiben lassen wenn es möglich wäre und sie hieben die Anker ab und ließen sie im Meer banden die Steuerruder los und richteten das Segel nach dem Wind und hielten auf das Ufer zu und als sie auf eine Sandbank gerieten ließen sie das Schiff auflaufen und das Vorderschiff bohrte sich ein und saß fest aber das Hinterschiff zerbrach unter der Gewalt der Wellen die Soldaten aber hatten vor die Gefangenen zu töten damit niemand fortschwimmen und entfliehen könne aber einige auf Brettern einige auf dem was noch vom Schiff da war und so geschah es dass sie alle gerettet ans Land kamen Kapitel 28 und als wir gerettet waren erfuhren wir dass die Insel Malta hieß die Leute aber erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens der über uns gekommen war und wegen der Kälte einen Haufen Reisig zusammen raffte und aufs Feuer legte vorwiegen der Hitze eine Schlange heraus und biß sich an seiner Hand fest als aber die Leute das Tier an seiner Hand hängen sahen sprachen sie untereinander dieser Mensch muss ein Mörder sein den die Göttin der Rache nicht leben lässt obgleich er dem Meer entkommen ist er aber schlenkerte das Tier ins Feuer und des wiederfuhr ihm nichts übles sie aber warteten daß er anschwellen oder plötzlich tot umfallen würde als sie nun lange gewartet hatten und sahen daß ihm nichts schlimmes wiederfuhr änderten sie ihre Meinung und sprachen er ist ein Gott in dieser Gegend hatte der angesehenste Mann der Insel mit Namen Publius Landgüter der nahm uns auf und beherbergte uns drei Tage lang freundlich es geschah aber daß der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr da niederlag zudem ging Paulus hinein und betete und legte die Hände auf ihn und machte ihn gesund als das geschehen war kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und ließen sich gesund machen und sie erwiesen uns große Ehre und als wir abfuhren gaben sie uns mit was wir nötig hatten nach drei Monaten aber fuhren wir ab mit einem Schiff aus Alexandria das bei der Insel überwintert hatte und das Zeichen der Zwillinge führte und als wir nach Syrakus kamen blieben wir drei Tage da von da fuhren wir die Küste entlang und kamen nach Region und da am nächsten Tag der Südwind sich erhob kamen wir in zwei Tagen nach Puteoli dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten sieben Tage da zu bleiben und so kamen wir nach Rom dort hatten die Brüder von uns gehört und kamen uns entgegen bis vor um Apii und Très Taberne als Paulus sie sah dankte er Gott und gewann Zuversicht als wir nun nach Rom hinein kamen wurde dem Paulus erlaubt für sich allein zu wohnen mit dem Soldaten der ihn bewachte es geschah aber nach drei Tagen daß Paulus die angesehensten der Juden bei sich zusammen rief als sie zusammen gekommen waren sprach er zu ihnen ihr Männer liebe Brüder ich habe nichts getan gegen unser Volk und die Ordnungen der Väter und bin doch als Gefangener aus Jerusalem überantwortet in die Hände der Römer diese wollten mich losgeben nachdem sie mich verhört hatten weil nichts gegen mich vorlag das den Tod verdient hätte da aber die Juden widersprachen war ich genötigt mich auf den Kaiser zu berufen nicht als hätte ich mein Volk wegen etwas zu verklagen aus diesem Grund habe ich darum gebeten daß ich euch sehen und zu euch sprechen könnte denn um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten sie aber sprachen zu ihm wir haben deinetwegen weder Briefe aus Judäa empfangen noch ist dein Bruder gekommen der über dich etwas schlechtes berichtet oder gesagt hätte doch wollen wir von dir hören was du denkst denn von dieser Sekte ist uns bekannt daß sie an allen Enden widersprochen wird und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten kamen viele zu ihm in die Herberge da erklärte und und aus den Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend die einen stimmten dem zu was er sagte die anderen aber glaubten nicht sie waren aber untereinander uneins und gingen weg als Paulus dies eine Wort gesagt hatte mit recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen geh hin zu diesem Volk und sprich mit den Ohren werdet ihr hören und nicht dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe so sei es euch kundgetan dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist und sie werden es hören Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf die zu ihm kamen predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert